Oh man, guten Tag Leute! Ihr wisst nicht, wie ich mich gerade hasse, ey. Ich habe gerade eine ganze Folge hier, da hat die Bomb aufgenommen. Ich glaube, 16 Minuten lang oder so. Und das ist mir aufgefallen, dass mein Mikrofon gemutet war. Aha, egal. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt Dirty Bomb entdeckt. Und ich muss echt sagen, es gefällt mir gut. Und ja, es kommt mal wieder ein Gameplay von mir. Mal gucken, ich versuche es demnächst mal wieder ein paar Videos. Videos zu gestalten. Das heißt, zu gestalten, einfach zu basteln. Und hoffe natürlich, dass es euch gefällt. Ja, Dirty Bomb habe ich jetzt letztlich entdeckt. Das ist letztlich heute. Ich spiele es jetzt seit drei Stunden oder so. Oder zwei Stunden durchgehend. War jetzt auch schon ein paar Runden bester, was mich sehr gefreut hat. Und ja, irgendwie tut es mein... Ja, meine Wünsche von Gameplay momentan erfüllen. Auch wenn ich gerade lieber Planesides spielen würde. Mein Planesides funktioniert gerade aus irgendeinem Grund nicht. Und deswegen... Ja. Also mein Planesides hat ein Update. Das heißt, es ist eigentlich die ganze Zeit... Also hat die ganze Zeit funktioniert. Aber da kam jetzt ein Update raus. Und eigentlich nur ein Hotfix. Aber irgendwie... Ja. Seit dem Hotfix kann ich nicht mehr... Zocken. Oder es kann schon zocken, aber es stürzelt... Alle paar Minutes ab. Wo ist da hin? Connection lost. LOL. LOL. Dein Scheißer Ernst. Ja, auf jeden Fall ist es dann alles abgestürzt. Und ja, habe mich alles gewundert, was es ist. Habe versucht rumzuprobieren. Woran es liegt, was da los ist. Und auf jeden Fall lag das halt irgendwie... Keine Ahnung woran. Und deswegen habe ich einfach... Ja, Fehlermeldung... Äh, Fehler... Prüfung... Auf fehlerhafte Dateien gemacht. Und ja. Das sucht er jetzt noch ein paar Stunden lang. Und hat irgendwie 10 Millionen gefunden. Und jetzt... Downloadet er das in irgendwie... Sind die Steam-Server gerade am abkacken. Und... Ja. Deswegen spiele ich... Habe ich angefangen Dirtybaum zu spielen. Ich muss gerade sagen, es gefällt mir echt gut. Und das erste Mal, dass das Spiel jetzt abgekackt ist. Connection lost. Okay. Strange. Ähm. Ja. Wir versuchen einfach mal eine neue Lobby. Scheiß drauf. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß. Ich habe im Prinzip eigentlich mit so Live-Commentaries wie dem hier. Ja, okay. Nicht angefangen, aber... Das allererste, was ich hier gemacht habe auf dem Kanal waren so Silvester-Sachen. Feuerwerk und sowas. Ähm. Dann habe ich angefangen, Harspray-Dosen in die Luft zu werden. Ähm. Dann habe ich angefangen, Gameplays hochzuladen. Und dann habe ich meine selbstgebauten Waffen gezeigt. Und dann habe ich noch mehr Gameplays, Gedöns gemacht und so. Und... Ja. Mach ich ja momentan nicht mehr. Die Waffen-Videos, die mache ich halt auf einem anderen Kanal jetzt. Und, ähm... Normale Commentaries mache ich bestimmt auch noch. Let's Plays, weiß nicht. Vielleicht Fallout 4, wo ich mir da noch nicht sicher bin. Und, ähm... Wie gesagt, in letzter Zeit spiele ich für Planet Sides. Eigentlich würde ich das jetzt im Moment spielen, aber... Ja, wie gesagt. Ich habe gekackt. Und dann habe ich angefangen, 3D-Bomb zu spielen. Und es ist irgendwie ein ziemlich geiles Spiel. Na gut. Wir sind jetzt in einer Lobby drin. Und wir Gegnern... Äh, Teammates und Gegnern, die scheinbar ein deutlich höheres Level sind als wir. 12, 18, 13, 13... Ja, okay. Beim Gegnerteam geht's. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Oh, mein Stuhl quetscht im Hintergrund. Nicht wundern. Der ist ein bisschen kacke. Ich finde das Spiel geil. Das erinnert mich ein bisschen an Halo. Und, ähm... Ja. Halo würde ich eigentlich auch ganz gern spielen. Habe ich, glaube ich, eben schon erzählt. Nein, habe ich nicht. Habe ich doch. Keine Ahnung. Ich bin zu geil, sich mir ein Xbox One zu kaufen. Selbst gebraucht kostet irgendwie... 250 Tacken. Und dann müsste ich mir das Spiel ja noch holen. Dann auch online kosten. Und das war eigentlich alles zu teuer. Ich habe bis gerade erst mal ein PC für 1000 Euro aufgerüstet. Astrike. Fuck, ich muss hier weg. Okay. Das war mein Airstrike und ich habe mich selbst gekillt. Genius. Team-Mates, rettet mich. Bitte, 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 bitte. Komm schon. Rette mich. Oh ja, hier hinter dir. Was machst du denn? Was machst du denn? Na, jetzt werde ich getötet. Stop. Tod. Wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Lol. Was war das? Der hat sich selbst in die Luft gejagt? Lol. Hardcore. Okay. So, nächste Rund. Das freut mich. Let me do it. Ja, mach doch. Niemand hält dich auf. Keine Ahnung, stand da eben im Chat. So. Ja, auf jeden Fall, nicht wundern, das sind live Commentary. Die sind bei mir immer ein bisschen strange. Ich labere über irgendwelche random Sachen, die mir gerade einfallen. Vielleicht auch über das Gameplay oder so. Also, manchmal werde ich mich ein bisschen mehr konzentrieren müssen und, ja, weil ich mich konzentrieren tue. Oh mein Gott, wie dumm ich diesen Luftschlag gesetzt habe. Man glaubt es nicht. Man glaubt es einfach nicht. Ich schäme mich gerade, wie scheiße ich die Luftschlacke warf, man. Aua, Arschloch. Lass mich am lieben, bitte. Ah, okay, hab ich selbst geheilt. Alles klar. Lass mich durch die Tür. Halt mich jemand. Oh, nein, nicht töten. Ja, nein, oh. Fuck, ja, okay, der Move war jetzt ein bisschen doof von mir. Langsam werde ich müde. Ey, ich hätte eben... Oh man, es war eben so cool. Das Gameplay davor und das Commentary darüber war auch besser. Aber ich hab's nicht wieder aufgenommen. Ja, das Gameplay hab ich aufgenommen. Dazu mach ich vielleicht noch... Gleich irgendwas mal gucken. Lol. Und der Pfosten hat's überhaupt nicht gemerkt. Der andere, der da eben war. Boah, der kann sich uns nicht mehr machen. Ey, der ist ja sau OP. Ey, das ist doch voll... Alter, ist das nicht voll OP, Mann? Der sich einfach unsichtbar machen kann. Oh, da ist noch ein Schwert, Mann. Was mit dem? Krasser Shit. Krass, wir haben gewonnen. Nice. Ey, ich hab irgendwie gar nichts gerissen in die Runde, oder? Ein paar Assists gemacht, so war's. Ja, ich hab... ...haut wenigstens ein paar Punkte gemacht. Keine Ahnung, wie ich die Punkte gemacht hab. Ach, es waren schon ein paar Runden, ne? Zeitgefühl. Ich don't have it. Ganz genau, ich don't have it. So. Ja, ich spiel irgendwie am liebsten in diese Klasse hier, weil... ...Emmo, unendlich ammo. Deswegen. Ich verballer so viel Muni. Sie ist einfach so geil finde, jemanden zu haben, der unendlich ammo hat. Okay, ich hab irgendjemanden gedamaged. Ich rush mal hier rüber. Weil ich hier eben diese eine Tussi lang gendern hab, sehen die da. Wo ist die hin? Da oben. Kann mich jemand heilen? Hat die sich grad selbst revived? Nein, die wurde revived. Okay, die kriegen wir nicht down. Die ist in diesem... ...Self-Revived-Ding. Ich kann mal den Nathan werfen. Ah, fuck, da war noch einer. Bitte, komm raus, bitte, komm raus, bitte, komm raus, bitte, stirb jemand. Och, komm schon. Fuck. Wie die uns zerstört haben. Das lag aber daran, dass unser Team sich aufgeteilt hat. Das war dumm. Das war sehr dumm. Okay, Leute. Komm, wir bleiben jetzt zusammen. Und dann ficken wir die recht hart durch den Arsch. Weiß her. Läuft bei uns. Komm. Aufstehen. Machen wir. Auf. Komm. Los geht's. Emmo. Emmo ist immer gut. Ruht euch. Kinder ist hier. Bisschen Spielzeug. So. Na gut. This time around, I don't play that stupid. Einverstanden? Einverstanden. Okay. Ich glaube, mir zwar gerade selbst nicht so ganz, aber na gut. Ich fange einfach mal eine Nade da oben rein. Nein, so viel zu dem Thema. Ach, Mann. Egal, ich habe zwei Kills gemacht. Schon mal geil. Und die werden noch nicht wiederkommen. Oh, er reviviert mich. Ach, ich dachte, ich wäre tot. Oh, du bist der Beste, Mann. Oh, Team-Ads. Okay. Okay, das wollte ich klar machen. Aber okay. Aber. Okay. Wo ist der Enemy? Tod. 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 Okay. Wo haben wir noch ein Enemy? Muss doch noch irgendeiner die Bombe platzieren. Oh, da war noch ein Enemy. Was war's? Geil. Läuft. Läuft. Geile Sache. Oh, ich bin bester Spieler. Cool. Okay, ich habe zwei weggebombt. Money verteilt. Oh, ich bin bester aus der Lobby. Yeah, noch zumindest. Nee, okay, nicht aus der Lobby aus unserem Team. Na gut. Komm schon, Leute. Jetzt rocken wir die Bude. Und warum hast du einen Baseballschläger? Oder ist es ein... Nee, es ist dieses... Das ist kein Baseballschläger. Wie heißt das? Ich habe keine Ahnung. Ich sage, es bringt irgendwas Falsches. Squad? Nein, nicht so falsch. Ähm. Wie heißt das? Wie heißt dieser Sport? Äh, keine Ahnung. Ah, ich finde es gut, dass man Punkte bekommt dafür, dass man im Team rumrennt. Weil es einfach verdammt wichtig ist, in dem Game im Team zu spielen. Ich hoffe, meine Nate macht was. Ähm, ja. Okay, da wollte ich eigentlich nicht hinwerfen. Aua. Okay, ich bin hier sehr dumm. Oh, fuck. Dead aim, though. Dead aim. Daddy Dust kann echt gut aimen, man. Scheiße. Hat der mir gegeben. Oh, echt. Oh, und dann auch daneben geschlitzt. Forsten. Ja, okay. Jetzt hat unser Team... Ja, ich sehe. Ich sehe, was unser Problem ist. Wir teilen uns viel zu sehr auf. Das ist kacke. Oh, ich muss meine Freunde immer dazu bringen, das Spiel mit mir zu spielen, man. Bestimmt saulustig. Stell ich mir echt cool vor. Vor allem, weil es so ein Koop-Spiel ist. Planeside ist auch ein gutes Koop-Spiel, aber... Hier kannst du als Team viel mehr, viel mehr ausrichten dann. Also spürst du es direkter. Hat direktere Auswirkungen. Planeside ist halt so, das sind dann einfach manchmal so paar hundert gegen paar hundert und das ist halt einfach ein bisschen too much und dann kann man da halt... Hat man nicht so das Gefühl immer, dass man irgendwie groß was erreichen kann in so einem ganz großen Battle, wenn man irgendwie ein Zehn-Mann-Team hat oder so. Wirkt immer noch nicht so groß. Aber ja. Na gut. Planeside ist geil, Leute. Auf jeden Fall. So. Falls irgendeiner von euch Bock hat, mit mir zu suchten, hier, Dr. Fumanschu, so heiße ich, genauso, mit großen Kleinschreibungen beachten, dann könnt ihr mich adden bei Steam. Wenn ihr Lust habt, wenn nicht, ist mir auch egal. Das macht keinen Unterschied für mich. Ich werde ja nicht merken, dass ihr mich nicht addet. Okay. So. Okay, vielleicht kommt in nächster Zeit ein bisschen mehr der Dirty Bomb. Weil ich, wie gesagt, echt Spaß in dem Scheißspiel finde gerade. LOL. Was zur Hölle war das? Alter Falter. Hab ich ja noch nie gesehen. Natürlich, was ein Angriff, Mann. Was ein Scheißangriff. Ah, die Runde sieht nicht so gut für mich aus. Der Typ ist doch voll OP, Mann. Seine scheiß Unsichtbarkeit. Ah, der kann ihn nicht alles machen. Aber er kann Airstrike setzen, oder was? Nee, ach, das ist mein Zeug noch. Ja, wenn der... Alter, der kann sich unsichtbar machen, Mann. Guck mal. Das mit dem Schwert ist saugeil. Oh, der hat auch noch ein Revolver. Junge, was ist mit dir? Na gut. Okay. Komm, Kinders. Jetzt drängen wir uns ein bisschen mehr an. Diesmal bombarden wir die weg. Okay, Team. Ey, da ist eine Tussi. Cool. Was ist das? Ich kenne die auch nicht. Die kenne ich nicht. Das ist jetzt dieser unsichtbare Typ. Ingenieur. Was kannst du? Okay, Kinder. Das Ammo ist wichtig. Deswegen sprach ich die mal am Anfang so. Alter, startet mein Team einfach ein bisschen mehr Ammo. Aber ich bleib erstmal hier drinnen, Alter. Kannst du aber glauben. Okay, scheint tot zu sein. Yep. Hier sind tot, sehr gut. Hier haben sie ein bisschen Ammo. Sehr gut. Sehr gut, Team. Das ist geil. Gönnt euch. Okay. Jetzt drogt mein Team auch. Okay, die Runde war ich auch ganz gut. Ich habe, glaube ich, einen Kill gemacht. Ja, einen, oder? Zwei. Ich weiß nicht, ob das Kills waren. Uh, 36er-Pink läuft. Das selber muss wohl in Frankfurt stehen. Hier, nimm Punkte. Äh, nimm Punkte, nimm Ammo. Stick together, Team. Wir have to do this. Haha. Nein, Alter, wie viel Damage amatisch bin ich tot. Yep. Ah, das ist scheiße. Ah, der Typ ist auch cool. Der Phoenix. Den habe ich auch vorhin, äh, oft gespielt. Aber was mich halt stört, also die MP ist geil von dem und so. Da kann ich, äh, selbst wiederbeleben ein paar Mal. Er kann andere wiederbeleben schnell. Oder hat so ein, eine kurze Heil-Aura. Aber, aber, er hat nicht unendliche Ammo. Das ist für mich ein, sehr, ja, schweres Kriterium. Wenn du das nicht erfüllst, dann, nö, spiele ich dich nicht, nö. Okay, vielleicht später, wenn ich besser bin, aber. Jetzt, wo ich noch nicht so gut bin, finde ich, ganz viel Ammo und eine Granate geil. Also ein Airstrike, um genau zu sein. Zuerst eine Granate, dann ein Airstrike. Das finde ich eh cool. Zuerst eine Granate. Und wenn das nicht gereicht hat, einfach nur mal ein Airstrike hinterher. Ist auch cool. Ah, haben wir gewonnen. Geil. Ah, schon zu Ende. Das ging ja schnell. Okay, die Runde war, okay. War nicht, war nicht so gut, aber schlecht war ich auch nicht. War Dritter. Läuft, oder? Performance. Wie viele Kills habe ich denn gemacht? Das sieht man jetzt irgendwo. KD, Score. Keine Ahnung. Ist ja auch egal, nö. So, gehen wir jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.